ja moin und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge abends zusammen mit steffen moinsen och ne und gleich geht ja gleich hier wieder gut los wir haben wieder auf standard das ganze gestellt muss ich aufpassen dass ich mir nicht gleich im bildschirm hau aber ich hatte denn jedes mal die abends wenn ich in neuen online modus gehe und das so ist doch gott warum kann ich denn kein doppelsprung mehr machen warum treffe ich dich denn überhaupt nicht mehr ich kann sie nicht sagen ich habe auch keine ahnung ich komme überhaupt nicht mit der steuerung klar was ist da los auch nicht die ist viel schwammiger ja bei mir auch ich kann überhaupt nicht richtig steuern als ob wir haben was war das denn für eine ultimate ja du hättest wahrscheinlich wenn du mich damit getroffen nettes wärst ich wollte sagen was die ultimate macht halt habe ich kann überhaupt gar nichts mehr machen seit wann kann man denn im aufstehen treffen ja was bei mir standst du schon bei mir bin ich immer noch im aufstehen gewesen dass du mich k.o. gehauen das war nicht recht es gibt es normalen kampf na na ist sonst dann geht es wieder mit der steuerung am anfang war ich in mir total uneingespielt habe ich immer nur miss gemacht ja aber ich finde immer noch schwammig also ich bin letztes mal direkt das ist also der letzte mal kann ich kein patch männer mit dem bluetooth konnektivität nicht ganz einfach was kann ich für deinen gegrabt wo ich stand sicher natürlich nicht eingetroffen sieg für mich nein ja das ich verstehe nicht wie du mich die ganze zeit grabben kannst und bei mir geht das nicht ich stehe noch auf wie brech ist alter ohne spaß schon wieder richtig optimal hier alter das ist voll die verarsche kann man gegen dich gar nicht spielen du musst halt wissen wenn du was einsetzt wie wenn ich was einsetze ich stehe auf ich kann da noch nichts einsetzen das ist halt perfektes timing das ist absoluter ping vorteil ist das ping vorteil das ist peer to peer wir haben genau den gleichen das weißt du ne ja lächerlich peer to peer hier schön auf den nintendo servern ist das ne das ist nicht es gibt keinen nintendo server auf jeden Fall nicht dafür warte ich hab jetzt gerade herausgefunden warum das nicht für mich funktioniert hast du jetzt die controller falsch rum oder was ne aber die 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 wenn ich hier diese tasten gedrückt habe weißt du diese diese s und z tasten gedrückt das war nicht richtig eingeschoben vor den tisch getroffen jetzt du musst doch mal irgendwann tot gehen da du kriegst den beiden einfach nicht rüber ich hab mir falsch in den arm drin ich hab eh schon verloren ich kann mit dem dicken brauchst du das gar nicht spielen ich hab überhaupt nicht darauf geachtet was wir hier machen der dicken ist viel zu langsam dafür ich hasse diesen modus ich kann den auch überhaupt nicht ja es ist der einzige modus den ich trainiert hab der steffen im koreanischen trainingslager das ist der einzige fuck 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 ja du hast eh schon gewonnen mein meister son wird da nicht glücklich sein der sensoy wird nicht glücklich sein von deiner leistung ja komm ja mit dem dicken arm brauchst du es halt echt nicht machen weil der einfach viel zu langsam ist dafür der ist halt wie ein kampf dafür mega op aber in dem modus ist er halt richtig kacke jetzt kommt hier wieder so ein verarschen modus ich habe mir ordentlich erleben den ellenbogen gegen den tisch gehauen ich habe dich doch das ist gar nicht kann ich dich treffen ich habe gerade durch dich durchgehauen das ist doch die größte verarsche die ich je auf dem planet am bienen gesehen habe ja wow richtig gut getroffen mit der ultimate ja übel premium alter ohne spaß ich treffe dich doch die ganze zeit beim verlierst du denn nichts du tust mich nicht ich treffe dich nein ich nehme das hier gleich nicht kann das leider nicht aufnehmen bei mir hätte ich mein armer honapot treffen müssen bevor du geholtet hast ja mich auch bei mir auch aber ja komm mal jetzt treffe ich auch auf einmal hat er die hex ausgemacht mich umgefallen bevor du deine ulti beendet das weiß ja nicht ich verliere das wahrscheinlich sogar noch glaube ich nicht dafür ist dann muss mich dann komischer drecks kugelarm einfach nur einmal oder du musst jetzt nur warten bis die zeit abgelaufen ist oder ich muss nur warten bis die zeit abgelaufen ist spring ja das war die ultimate halt richtig verwackt du wärst eigentlich schon längst tot gewesen ach lächerlich lächerlich das spiel ist doch hier nicht verpackt das spiel ist übel gut programmiert das habe ich nie gesagt doch genau das hast du gesagt ich zitiere nur hast du vor der aufnahme gesagt ich schicke dir nachher den synchronisierten spruch zu natürlich aufgenommen nein das ist sicherlich ich verabschiede ich damit du keine punkte ist er wird genau so viele punkte wie du da man nicht so arrokant als ob du hier der master of disaster wärst weiter welche stufe ist denn der heute 6 6 letztes mal glaube ich 5 also wird das ja nicht immer noch 5 alter das kann man nur so schlecht erkennen so schnell wie der sich bewegt das ist halt so lächerlich wir mega viel wenig leben ja okay der hat nur ulti ja der haut mich ja komplett weg ich habe kann halt nichts gegen den tun ich weiß noch nicht welcher ja keine ahnung du kannst ja nichts gegen den tun ja ich habe meine ultimate ich schubte ihn da rein er gibt einfach vorher um keine chance gegen die ulti von den typen ich habe einfach mal gegrabt während der ulti das war nett weil ich da bin ich schon vorher ko gewesen so konnte ich den wenig noch mal 50 haben ja ja keine chance gemacht hat nicht mal einen so einen balken da verloren doch einer da verloren ja ich spiele das spiel aber auch viel zu wenig weiß nicht der online modus ist halt wieder so richtig geil wie bei mario kart übelst am rumlängen ist immer online halt überhaupt gar keinen spaß und lokal ist halt nicht spielmaßenspieler sind auch nicht so oft weil ja meist heute haben halt nicht so lust auf abends weil wenn man das halt ganz neu spielt und dann überhaupt gar keine chance hat oder so dann macht es ja keinen spaß es macht halt also ich bin oh nein das ist so eine blöde ich finde es macht halt deutlich mehr spaß auch wenn man mit jemandem spiel dem mit dem man aus sprechen kann will doch nicht gar nicht auf dich schießen was macht er denn ja wieso kriegst du den denn zuerst weil ich da viel näher dran stand aber ich kann ich einfach nicht treffen ich treffe dich nicht in dem spielmodus ohne spaß hallo ich will den fokus auf das ding wechseln also ist wie wechselt man in den scheiß fokus gar nicht also ich bei dem ich glaube bei dem modus gar nicht muss er hinter das ding kommen oh gott alter ich hatte ich werde im aufstehen als du deine ulti mich getötet hat ich hab den einfach aktiviert damit du gar nichts mehr machst sobald du aufstehst ist halt dran ist lächerlich also ich hab den spielmodus den finde ich kacke jegliche mit diesem headlock naja das finde ich auch nicht so gut ich dachte erstens der ganz cool ist aber irgendwie genau gut verloren verloren dann nehmen wir den richtigen arm also ich habe hier natürlich nicht drin wird mich immer noch mal betont nicht dass naja wie immer bei uns in unserer regen kommentar section steht äh wie ist der denn dahin geflogen tja alter nach mit skill mit lack warum kannst du den immer so doll treffen das geht überhaupt gar nicht bei dir lädt sich der scheiß ball immer in der luft auf und bei mir geht dann bleibt er dann auf meiner seite stecken das war ein gutes 5 0 ach lächerlich ist das spiel wieder durch ich finde dafür müsste es aber nicht fünf punkte geben zuhause üben und für die ganze zeit hier irgendwelche ich habe nie geglaubt dass ich irgendwo geübt habe ich glaube dass ich ja immer anders gesagt ja aber du hast das bestimmt schon öfter gespielt als ich ich spiele das nicht außerhalb der aufnahme wie ich gerade eben auch gesagt habe ansonsten wüsstest du doch gar nicht wie schlecht der online modus ist das haben wir ganz am anfang haben wir das beide online gespielt und in der testphase ja aber da hast du auch noch mal in dem anderen testings gespielt ja da kann ich ja nichts für wenn du die testphase nicht spielst aber das ist halt auch schon ewigkeiten her ja alles training hä wie treffen die beide denn nicht alter warum bei mir hat das übelst verzögert ich getroffen lächerlich dieser fette arm lächerlich dieser fette arm ich kann nicht mal aufstehen wenn du damit triffst hey da war ich überhaupt nicht nee das spiel ist so getötet alter ohne spaß wenn ich dann bald eine capture card habe dann hole ich mir einfach dann zeige ich dir mal wie das alter das ist so eine verarsche ohne spaß du machst ganz andere dinge bei mir als angeblich bei dir ja bei mir machst du aber weiß nicht also bei mir sieht das alles hier ganz normal aus ja wenn du gewinnt sie bei dir immer alles ganz normal aus das sieht alles immer nur schlecht aus wenn du verlierst also ich habe hierbei abends irgendwie nicht beschwert da beschwert sich einer nur dass es komisch aussieht und das ist derjenige die ganze zeit verliert ja es sieht heute aber auch komisch aus letzte woche habe ich mich nicht beschwert und außerdem finde ich immer noch dass die steuerung schwammig ist jetzt hast du ja mit voller ultimate das ist halt auch richtig lächerlich nicht auf den lerne doch mal ja das ist so lächerlich dass er die focus wenn du jetzt dieses ding da bekommst weil der zu behindert ist ja warum kann ich das wieso hau ich denn da nicht auf das ding drauf bei mir hat er auch 15 mal das ding da gegriffen ach komm das spielst du lächerlich ich hab jetzt schon keinen bock mehr ja ich komme auch nicht weg aber man kann den ja zack boom ja du bist aus meiner reichweite raus fag ok du willst anscheinend nicht mehr mitspielen dann hau ich dich mal weg so vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns dann in der nächsten folge abends bis dahin schön mit ö da ist es dann auch die laune besser tschüss tschüss musik 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 musik